Hm. Das reicht mir alles noch nicht. Ich bin unzufrieden. 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 Ich muss für weitaus mehr Geld sorgen. Vor allem auch für Strom. Und hier muss ich jetzt erstmal für Leute sorgen. Yo. Wärst du daran interessiert, Aufträge für meine anderen Kunden zu erledigen? Sie warten. Nein, wär ich nicht. Achso, sind wir hier jetzt eigentlich durch soweit? Ne, da brauchten wir noch die Leute. Ach, weg. Das ist eigentlich das Schlimme, wenn man alle Aufträge zugleich macht. Man weiß nie, wie weit bin ich jetzt eigentlich? Wo genau? Okay, wir sorgen erstmal beim Ikuma-Gletscher für weitere Arbeitskräfte. Das ist jetzt das vorrangig Wichtige. Das heißt, wir müssen auch jede Menge neue Gebäude bauen. So, mal angenommen, ich will die hier hinbauen. Das würde funktionieren. Da ist allerdings wieder keine Wärmequelle. Das ist nicht schlimm. Wenn ich euch nachher noch ein Gemeindezentrum hinklatsche, seid ihr glücklich. Das ist nicht schlimm. Gut, die Straße reicht aus. Jetzt haben wir 304 Arbeitskräfte. Wovon 20 wieder draufgehen durch das Gemeindezentrum. Gut. Wieder welche drauf. Ach, dann haben wir noch genügend Konservenahrung. Was braucht ihr zum Leben? Die große Schatzkiste der Arktis. Natürlich sehr vorsichtig. Ihr braucht Vitamine. Da haben wir minus 1. Ich brauche neue Vitamine. So, das reicht für alle Zeiten. Okay, Vitamine kommen. Was brauchen wir noch? Wir brauchen Quantencomputer, Neuroimplantate, Konservennahrung geht mir zur Neige. Kann auch nichts mehr rangebaut werden. Allerdings können hier nachher noch Gebäude hin. Das ist okay. Dann brauchen wir die hier. Nur wenn wir ausreichend von allem haben, können wir neue Leute integrieren. Auch wenn das wieder Arbeitskräfte kostet. Transportunternehmen. Gut, dann sind wir wieder bei 10. Jetzt brauche ich Korallen. Das ist ein ewiges Hin und Her, wirklich. Korallen. Gut, Korallen kommen. Dann brauchen wir weitere Stimulantien. Okay, sind unterwegs. Außerdem Replikatoren. Haben wir noch zwei. Das ist okay. Wenn ich euch jetzt... Ne. Da stufe ich euch doch lieber auf. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Stimulantien sind mangelbare. Stimulantien. Neue aufbauen, bitte. Jetzt kriegen wir plus eins. Okay. So, die da oben sind glücklich. Wenn ich jetzt noch ein Hochsicherheitslabor beschaffe, sind sie sogar noch glücklicher. Und wir kriegen ganz viele Arbeitskräfte ran. Gleich haben wir die tausend geknackt. Das ist doch schon mal gut. Vitamine sehen noch gut aus. Replikatoren brauchen wir auch nicht so viele. Luxuskost geht langsam zur Neige. Ist aber noch in Ordnung. Wir brauchen weitere Stimulantien. So, dann sind wir bei vier. Das ist alles noch in Ordnung. Luxuskost reicht gerade so aus. Wir haben die tausender Marke geknackt. Und jetzt nur noch durchhalten. Oh Gott. So, gleich wieder raus. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Ab wieder zum Iwamoto Krater. Da müssten wir soweit durch sein. Die LEC immer noch wegen Aufträgen. Die sollten Sie annehmen. Die sind sicher gewinnbringend. Oh, sicherlich, sicherlich. Aber nicht jetzt. Gut, und dann wollten wir Konservennahrung noch runter transportieren, um die Leute mit Stimulantien und Konservennahrung zu versorgen. Sie haben sich das Vertrauen verdient. Und jetzt vergessen wir, dass das passiert ist. Meine Vorgesetzte hat einen Auftrag. Meine Vorgesetzte ist der Ansicht, dass in der Sache alles ges... So, nächster Auftrag. Beladen Sie Ihr Fahrzeug mit 60 Superkühler aus Ihrem Raumhafen. Liefern Sie die Fracht zu Meteor Bergwerk. Wir brauchen den Superkühler hier. Wird eine teure Handelsroute, aber geht nicht anders. Eine neue Handelsroute. Superkühler. Da. Vier Stück werden hier überproduziert. Selbst in... Na ja, obwohl. Wir könnten das auch von den Arkiaschollen rüber schaffen. Da können wir gleich mehr nehmen. Zielsektor da. Machen wir vier. Gut, warten eine Weile, bis wir das zusammen haben. Und gehen derweil. Da waren wir durch, ne? Ja, wir können nicht so viel machen. Also selbst wenn ich jetzt hier hingehe. Hier haben wir alles erledigt. Da haben wir auch bald alles erledigt. Oh, diese ganzen... Dinger hier verwirren mich. Nun warte mal ab, bis wir die drei Gebiete hier auch noch mit reinnehmen. Und den letzten Mondabschnitt. Denn ist ja alles durcheinander. Da sehe ich gar nicht mehr durch. Nun weiß ich nur noch, aha, irgendwie handelt jeder mit jedem. Aber nur warten, darauf habe ich jetzt auch keinen Bock. Wir können ja mal zurückgehen und hier mal gucken, was wir noch so tun können. Ich könnte vor Freude rumhüpfen. Aber ich habe Höhenangst. Hast du Angst, dass du wegfliegst, ja? Hätte ich auch an deiner Stelle. Hier wird noch genug Titan abgebaut. Ach, apropos Titan. Da fällt mir ja gerade was ein. Wir brauchen keinen Titan mehr auf der Erde. Sehr schön. Damit haben wir schon mal 10.000 gespart. Die Hände brauchen wir allerdings. Was brauchen wir noch? Nicht mehr. Das ist auch purer Blödsinn hier. Und das auch. Ikuma Gletscher nach Cap Ambar. Qubit-Prozessoren. Oder haben wir die für die Produktion gebraucht? Nein. Kann ja mal gucken, aber eigentlich nicht. Nee, danke. Warte mal, wenn ich hier jetzt gucke. Wir haben keine Fusionsenergiezellen mehr, die wir transportieren. Die ganzen Handelsrouten sind so teuer, dass ich mir wirklich überlegen muss, was ich wirklich noch schicke. Superkühler ist Blödsinn, aber muss ja. Das wird sowieso mal Zeit. So, jetzt zeige ich euch das. Da raufklicken. 13 sind wieder von 250 Graphen produziert. Sammeln wir. Haben wir. Fertig. Haben einen schönen Generator. Brauchen nie wieder kämpfen. Keine Aufträge mehr erledigen. Das ist alles. Tippitoppi. Es stört mich nicht. Ich habe gern Gäste. Das klang mal anders. Hier läuft die Produktion überall. Auch wenn wir uns langsam wieder um weitere Androiden kümmern müssen. Wir sind bei 3. Wir brauchen alles wieder. Wir brauchen auch wieder Wasser. Wir brauchen auch wieder... Es ist nicht einfach. So, gib mir mal Wasser. Wasser. Ah, der Körper besteht aus sehr vielen Prozenten aus Wasser. Oder zu sehr vielen Prozenten aus Wasser. Deswegen ist Wasser überlebenswichtig. Und auch wir bauen Wasser. Oh. Nee, klappt nicht ganz. Vielleicht reicht das schon? Bestimmt. Ja, meine ich doch. Gut, jetzt haben wir auch wieder genug Essen. Wir brauchen Vitamine. Wir brauchen Verjüngungskuren. Dementsprechend auch Algen. So, gib mir die Algen. Perfekt. Das läuft. Dann können wir wieder Synth-Zellen herstellen. Insgesamt 32 Synth-Zellen. Das ist super. Okay, mehr geht nicht. Aus den Synth-Zellen können wir Verjüngungskuren herstellen. Wo hatte ich die jetzt angebracht? Hier hinten irgendwo, ne? Nee. Ich bin mir sicher, dass ich irgendwo ein neues Labor dafür gemacht habe. Transport-Zentrum. Nee, das mache ich später. Nanoschleifer. Neutronium-Labor. Das braucht Diamanten. Nee, eigentlich eher Mikrochips. Und die da. Okay, reicht. Haben wir schon mal vier. Vier Replikatoren. Aber wo war denn mein neues Labor? Ich hatte doch mehr als nur ein Labor. War das hier vielleicht auf der Insel? Ach, hier. Ja gut, da können wir kein Teil mehr ranbauen. Gut, dann brauche ich ein neues Labor. Aber das möchte ich nicht da oben haben, denn hier. Administratoren. Ja, baut sich so langsam auf. Okay, ein neues Transportzentrum. Ganz viele Verjüngungskuren. Und schon sind die Zellen alle. Braucht neue. Denn die brauchen wir auch für die Androiden. Ja, ich bin. Ja. WWE-R Coach. Ich bin. Ich bin. él ... Das ist eine Jean-Pietra. Ich bin. Ich bin. Natürlich. рос H creating ... ... Vielen Dank.